Was ist das? UFOs über Karlsruhe? Es ärgert mich, dass ich das nicht richtig aufnehmen kann. Ich hoffe, der Punkt bewegt sich vielleicht wieder. Sonst erkläre ich mich selbst für verrückt. Habt ihr das gesehen? Der Schatten. Was ist das? Ich schwör's euch, die Punkte haben sich gerade bewegt. Na komm schon. Die stehen still. Das ist nicht möglich. Eins ist weg. Eins ist weg. Eins ist weg. Das ist weg. Das ist einfach weg. Es ist bewölkt heute. Es ist der 16. Juni 2015. Ich zähle da eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Punkte. Es tut mir leid, dass ich keine bessere Kamera habe. Da ist er wieder. Kann man das sehen? Wie krass. Jetzt ist wieder einer. Habt ihr das gesehen? Der hat sich bewegt. Da. Da. Jetzt ist hier noch einer. Die bewegen sich. Scheiße. Wackelgruselig. Independence Day oder so. Wie krass. Seht ihr das? Jetzt schließen sie sich alle zusammen. Ich mach aus. Bis zum nächsten Mal.